Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Er ist dafür bekannt, dass er über die Dinge des Glaubens in origineller und eingängiger Sprache reden kann. Prelat Dr. Wilhelm Imkamp, der Wallfahrtsdirektor am mittelschwäbischen Marienheiligtum Maria Vesperbild. Einmal mehr hat er dies in seinem Werk »Sei kein Spießer, sei katholisch« unter Beweis gestellt. Dort finden sich Wendungen wie »Blitzeis des Zeitgeistes« oder »Verwohnzimmerung der Kirche«. Über dieses Buch möchte ich mich nun mit seinem Autor unterhalten. Herzlich willkommen, Prelat Imkamp. Was charakterisiert eigentlich einen Spießer, der den Blick für die katholische Weite verloren hat? Engel. Engel, ein Fokus auf seine Umgebung, nahe Umgebung, fokussierter Blick. Die Diktatur des Mann, was trägt man, was sagt man, was tut man, was tut man nicht. Der Spießer ist allgegenwärtig, in jedem Milieu, auch in den Milieus, die sich für ganz besonders abgehoben und weltoffen halten. Spießer sind vielleicht sogar die vorherrschende Spezies. Und Spießer haben immer Schwierigkeiten mit dem Christentum im Allgemeinen und der katholischen Kirche im Besonderen. Denn die katholische Kirche ist nie eng, sondern immer offen. Deswegen ist es auch nicht möglich, als Katholik Nationalist zu sein. Man kann Patriot sein, aber nicht Nationalist. Und so stößt die katholische Kirche immer wieder auf Zeitgeistwiderstände. Und diese Widerstände sind in der Regel ganz furchtbar spießig. Ihr Buch, sei kein Spießer, sei katholisch, hat eine Vorgeschichte. Was ist die Grundlage dieses Buches? Die Grundlage dieses Buches sind Journalisten. Es waren Gespräche mit vielen Journalisten. Und als dann der Verlag auf mich zukam, habe ich gesagt, ja Leute, ich mache sowas, aber ich will nicht über die Köpfe reden, sondern ich will mit einem Journalisten bzw. einer Journalistin sprechen. Die soll aus meinen Arbeiten, aus den Interviews, selbst herausdestillieren und fragen. Dann weiß ich, was interessiert und kann darauf noch einmal fokussiert antworten. Und so ist in einem, sozusagen in einem journalistischen Destillationsprozess dieses Buch entstanden. Stichwort journalistisch. Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur der BILD-Zeitung, hat das Vorwort dieses Buches geschrieben. Wie kam es dazu? Ja, ich habe also überlegt, wen bittest du um ein Vorwort? Da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, irgendeinen bedeutenden Kardinal oder einen bedeutenden Bischof oder einen super tollen Professor. Und da habe ich gesagt, na, die wissen ja all das schon, was du sagst. Denen brauchst du nichts Neues sagen. Du willst doch Menschen erreichen, die das anders sehen, die ganz irgendwo anders stehen. Im Übrigen, wie willst du eigentlich reden? Und ich bin der Meinung, dass wenn unsere Predigten in der katholischen Kirche mehr im Stil der BILD-Zeitung als im Stil von der moralinsauren Zeit wären, dann hätten wir mehr Erfolg. Es gibt eine Angst in der Predigen, in der Verkundigung vor Schlagzeilen. Es gibt eine Angst vor einer komprimierten Sprache, die sehr deutlich ist. Im Grunde hat ein Prediger die gleiche Aufgabe wie ein Bildredakteur, einen komplizierten Sachverhalt auf zehn Zeilen eindampfen. Und da ist mir Kai Diekmann eingefallen, der ein bewusster Katholik ist, ohne damit hausierend zu gehen, aber auch ohne es zu verstecken. Genau der richtige Mann. Und der hat es auch kapiert. In Ihrem Buch singen Sie ja das hohe Lied auf die Volksfremdigkeit. Sie sagen, das ist ein Wesenszug des Katholizismus. Warum ist es falsch zu behaupten und zu denken, dass die Volksfremdigkeit nur etwas für schlichte Gemüter sei? Also ich bin mit den schlichten Gemütern schon mal sehr vorsichtig. Ich kenne schlichte Gemüter, die wesentlich intellektueller und intelligenter sind als mancher Lehrstuhlinhaber. Jesus hat gesagt, selig die Armen und Kleinen. Und das müssen wir tatsächlich ganz ernst nehmen. Ein Gebet vor einer Gottesmutterstatue, ein Gebet bei einer Wallfahrt, ein ganz schlichtes, einfaches Gebet, meinetwegen sogar, ich bin klein, mein Herz sei rein, ist doch viel mehr wert als eine hochspekulative Abhandlung einerseits und andererseits und außerdem ich im Dialog mit Kant über das höchste Wesen unter ganz besonderer Berücksichtigung von Freund Hegel. Das interessiert keinen. Und das trifft auch den Menschen nicht. Volksfremdigkeit trifft eine anthropologische Grundbefindlichkeit des Menschen. Und nachdem wir nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Mitteleuropa den Kontakt dazu verloren haben, konnte die Glaubenskrise voll durchschlagen. Wer sich bei jeder Marienstatue überlegt, ob man Mariendogmen heute noch so ausdrücken kann, wer Schwierigkeiten hat mit dem Lied, segne du Maria, segne mich dein Kind, also da sollte in die religiöse Therapie von mir. Zum Thema Einfachheit zählen ja auch die Sakramentalien. Sie sagen, die Sakramentalien haben eine ganz große Bedeutung für die Seelsorge. Welche Wege eröffnen denn gerade die Sakramentalien kirchenfernen Menschen? Gerade kirchenferne Menschen nehmen die Sakramentalien wahr. Autosegnung in Maja Vesperbill zum Beispiel ist ein Renner seit 30 Jahren. Andere Priester berichten auch von ähnlichen Erfahrungen mit Motorradsägen, Autosegnen, gerade auch Menschen, die sonst nicht zur Kirche gehen. Und mich hat an der ganzen Diskussion um die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten, in Sonderheit zur Heiligen Kommunion, furchtbar geärgert, dass niemand mehr von den Sakramentalien sprach. Dass ich einem geschiedenen, wiederverheirateten Paar Sakramentalien anbieten kann. Medaillen, die wundertätige Medaille zum Beispiel. Das Kapolier, das fast völlig verdrängt worden ist. Weihwasser. Ich würde also einem Paar, das geschiedene und wiederverheirateten, raten, habt ihr Weihwasser im Haus, dann besorgt es euch. Vielleicht tragt ihr mal das Kapolier. Tut das doch mal ein Jahr. Mal sehen, wie ihr dann über euren Zustand denkt und wie ihr dann damit fertig werden wollt. Die Sakramentalien sind nichts anderes als die Zärtlichkeit Gottes in unserem Leben. Und da sollten wir nicht drauf verzichten. Sie haben gerade vorhin Maria Vesper Bild erwähnt. Sie stellen in Ihrem Buch fest, dass Wallfahrten boomen. Wie erklären Sie sich das Phänomen, dass Pfarrkirchen immer leerer werden und Wallfahrtskirchen immer voller? Ja, ich würde hoffen, dass es der zweite Teil Ihres Satzes, dass Wallfahrtskirchen immer voller werden, so stimmt. Es gibt einen Wallfahrtsboom, der eigentlich mehr mit Fitnesskult zu tun hat und mit Leistungsdenken, also Santiago de Compostela. Das sollte man nicht verurteilen, aber das sollte man durchaus nüchtern analysieren. Dazu kommt, dass tatsächlich, und Vesper Bild ist so etwas, die kleine Wallfahrt zwischendurch immer mehr zunehmt. Die kleine Wallfahrt zwischendurch, das heißt auch, ein bewusstes, mündiges Sich-Absetzen von vielen Hikki-Wukki-Veranstaltungen, die in den Pfarreien als zeitgemäß gelten. Bei mir im Vesper Bild kann ich an den Gottesdienstteilnehmern häufiger erkennen, in welchen Pfarreien jetzt schon wieder Hikki-Wukki angesagt ist. Und da sehnen sich die Leute nach dem ganz Normalen, das aber die emotionale Sphäre sehr wohl anspricht. Und deswegen glaube ich auch, dass sich der Gottesdienst in einer Wallfahrtskirche schon formell etwas unterscheiden muss von dem, was so das normal preisige Angebot in der heutigen pastoralen Landschaft, die ja oft genug durch einen seelsorglichen, durch einen pastoralen, kolchose Betrieb gekennzeichnet ist. Vom Gottesdienst zum Gebet. Sie sagen, das Gebet ist die höchste Form der Existenz. Welche Schätze kann ein Beter heben? Alle. Es gibt grundsätzlich keinen Schatz, der einem Beter nicht zugänglich ist. Ein Beter kann selbst in dem Gefühl des Nichtankommens mit seinem Gebet noch Gewinn ziehen. Indem er nämlich feststellt, indem er nämlich intensiv über seine eigene Befindlichkeit redet. Und sich klar macht auch, dass Gott nicht ein Automat ist, man wirft was ein und unten kommt die Leistung raus. Gott ist kein Leistungsträger unseres Alltags. Das müssen wir immer klar haben. Und wenn wir das klar haben, dann rutschen wir im Gebet ganz schnell in eine Sphäre, wo wir merken, hier ist zu Hause. Hier sind wir eingehüllt. Hier sind wir nicht alleine. Und ob schon wir nicht alleine sind, stört uns niemand. Prelat Imkamp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihren Besuch bei Kirche in Not in München. Das war ein Buchgespräch mit Prelat Dr. Wilhelm Imkamp. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Nur noch eine Leseprobe von Prelat Imkamp aus seinem Buch. Sei kein Spießer, sei katholisch. Gerade unser jesuitisch geprägter Papst Franziskus hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Widersprüche, die es gegeben hat und noch immer gibt, für uns nichts Neues sind. Im Gegenteil. Dieses Buch ist nichts anderes als die Entfaltung dieser vom damaligen Kardinal Bergoglio herausgestellten Erfahrung des Widerspruchs. Entweltlichung heißt Mut zum Non-Konformismus. Der Spießer passt sich dem Zeitgeist an und zwar immer. Der Christ befindet sich im Widerspruch zum Zeitgeist und zwar immer. Der Spießer und auch die verspießerte Kirche kreisen um sich selbst. Sie ist Autoreferenzial und passt sie in spiritueller Wirklichkeit an, wird so zur weltlichen Kirche. So hat es Kardinal Bergoglio in seiner inzwischen berühmt gewordenen Stellungnahme im Rahmen des Vorkonklaves gesagt. Das war sozusagen seine Wahlrede. Es geht also um eine Kirche der Offensive, nicht um eine defensive Abschottung durch Anpassung. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, bedeutet eben nicht Anpassung. An den Zeitgeist, sondern die spirituelle Korrektur dieses Zeitgeistes bis hin zum Widerstand. Da wird Verfolgung durch Zeitgeistfanatiker tatsächlich sehr schnell zum Normalzustand im Leben eines Christen. Sei kein Spießer, sei katholisch von Wilhelm Imkamp ist im Kösel Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 160 Seiten und kostet 17,99 Euro zuzüglich Versandkosten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017